Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Thimbleweed Park. Gut, wir haben jetzt mittlerweile mal das Testament erhalten, entschlüsselt. Könnten wir eigentlich schon mal abgeben. Das wollte ich ja noch machen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir an den Kuchen kommen, die Kruft irgendwie aufkriegen. Die Kuchen sind jetzt erfüllt. Die Wille ist gekochtet. Wir brauchen noch eine Thimbleweedie, und dann treffen wir uns in Chuck's Opulent Tomb. Hm, das sieht aus wie Agent Ray. Ich schmeiß die beiden echt immer durcheinander. Agent Ray ist, glaube ich. Wir können die im Moment auch gerade nicht benutzen oder, ähm, ja, spielen. Jetzt ist mir hoffentlich nichts passiert. So, dann gehen wir nochmal zu B-Street. Zu Röhrs R.A.S. Hat ja ganz am Anfang gesagt, dass sie früher mal die Kuchen hergestellt hat. Und Kuchen, sehr schön. Dann fragen wir mal. Hi, Dolores. Oh, gehen wir mal zum Kounter, wo wir sprechen können. Willkommen in Rickys Tube Town. Wie kann ich dir helfen? Hi, Ricky. It's been a long time. What happened to your bakery? Oh, I had to pivot. People used to line up around the block for my muffins and pies. But over the past couple of years, business has really slowed down. I'm not complaining, though, because it's given me an opportunity to go in a whole new direction. And I can see how busy you are selling tubes. Dolores, you always had such a good sense of humor. This is evening. You should see how busy it is in the afternoon. Nice tubes. Uncle Chuck would have been pleased. Yeah, your Uncle Chuck's my hero. And he loved my pies. Ricky, you make such great thimbleberry pie. Can I get one? I'm sorry, hon. I'm out of the pie-making biz. Strictly tubes now. Oh, no. I have a problem, then. In order to hear my Uncle's will read, I need one of your famous thimbleberry pies. Well, in honor of your Uncle Chuck, I'd make an exception. But there just aren't any more thimbleberries left. Your Uncle had them harvested to extinction. No more thimbleberries? It's sad, isn't it? The last thimbleberries were spotted out in the old forest. Not the forest. I always hated it in there. Yes, pretty spooky. No one goes there unless they have to. People have been lost in there for days. Days! And I heard some never make it out alive. It's true. I've heard those stories, too. And then there's the old bear-problem. So... First thing, you'll need some thimbleberry-picking gloves. You know how those thorns can leave you breaking out in wells. I just happened to have an old pair of good loonies. Thanks! Also gut, ab in den Wald. Nächstes Staubkorn. Na, du? Bärig. So, ja, kommen bei mir jetzt gerade so ein bisschen, äh... Flashbacks... Ja. Haben wir aber gut hingekriegt. Äh, zu... Legend of Carrendia 3 raus. Ich meine, beim ersten Teil gab's ja auch dann die Sache mit der Höhle und den Bären, was ja eigentlich sogar fast besser passen würde, aber da... Äh, bei Teil 3 die Sache mit dem Dschungel, das war echt nervig damals. Einige Minuten geschäftige Aktivität später. Alles abgeändert, ist sehr schön. Jetzt gibt's wirklich keine einzige thimbleberry mehr. Aber netterweise können wir jetzt schon mal raus. Ähm... Ja, gehen wir wieder zurück. Und geben die mal ab. So, Rikki? Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Welcome to Rikki's Tube Town. How can I help you? I have the thimbleberries. Can you please make me the pie? You've found them. Good for you. And no welts. I was very careful. And also, your gloves. Won't be needing them now. Thank you. I'll go make it now. Won't be a jiffy. Here's your thimbleberry pie. Exactly how Chuck liked it. Thank you. Okay. Rikki Lee's famous thimbleberry pie. Hi. Ach stimmt, den haben wir auch im Dings mal in der Rückblende gehabt. Ich erinnere mich. So, dann geben wir den mal noch ab. Und dann wird's sogar Zeit, mal wieder zu unserem Vater zu wechseln. Friedhöfe sind ja, glaube ich, jetzt eher so sein Ding. Da kann er uns bestimmt noch ein bisschen helfen. Mr. Balowick, here's the freshly baked thimbleberry pie. Two of Chuck's three stipulations are now fulfilled. The final one is to read the will in your Uncle Chuck's opulent tomb. I'll meet you there. Well, my family will wait right here until you've opened the tomb, Dolores. Hurry along. We don't have all evening. Ja, das ist echt gut, dass ihr so hilfreich seid. A Ransom? Ooooooooh. There's no water to splash there. Is that matter, Marina, again? Stimmt. The elevator isn't on this floor. So, dann kommen wir hier. Can't cope with the boredom anymore. Talk to me now. Okay. I'm not very good at talking to, you know, strangers. But I'll give it a try. So, Clara, what's life like as, well, you know, a ghost? For starters, it's not life. Of course, but you know what I mean, right? What's it like? It's like being a ghost. How come you're so, you know, upset all the time? That's unfair. I'm not upset all the time. I'm just a little hungry right now, and that makes me angry. That happens to me, too. There should be a word for that. What can ghosts, you know, eat? As a ghost, it's hard to find food that we can eat. My particular weakness has always been ice cream cake. But I'm stuck in this stupid elevator, and I can't get any. What do you, you know, want to eat? I'm rather fond of ice cream cake. But Xavier says I can't leave the elevator. Can I, you know, please go to the penthouse? No. Hmm, please. No, you're not my friend. I don't know you anything. Bye, Clara. Na gut, dann... ...schauen wir mal... ...wie er ein bisschen Kuchen für sie kriegen. So, da können wir jetzt ja problemlos vorbei. Shut up in there! There has never been a good adventure game about pirates. Maybe someday soon. Ja, vielleicht, wenn Monkey Island rauskommt. So, wo war'n das hier? Hm... Piu, piu, piu! Ah ja, das ist Virgil. Hi, Virgil. Hi, Franklin. Don't let Xavier see us talking and not working. Do you know how we can get out of the hotel? I know there's a way you can visit your dead relatives. If you have the spell book and offering left for the dead, that is. We all went to Chuck's funeral recently. Were there, you know, many people? For Chuck Edmund, of course there were. Everyone loves Chuck, you know. Except me. I don't know how the spell worked exactly, but I know the secret room smelled really nice. Can I have some, you know, cake? This is special ghost cake. It's super rare and hard to get. I'm not going to give you any unless you have a really good reason. How about Clara said she wants some, you know, cake? For Clara? That changes everything. For her I'd do anything. Here, take a slice. Just make sure you tell her it's from me. Thanks. I'll do that. See you soon, Virgil. So, dankeschön. Dann haben wir jetzt schon mal den Kuchen. Der ist aber halt noch nicht vereist, aber da können wir ja auf jeden Fall nachhelfen. So, guck mal, was ich da Schönes für dich habe. Oh, it's just the Flapdoodle again. Would you like this, you know, ice cream ghost cake? Oh my, you shouldn't have it so kind of you. Actually, it's from Virgil. I think he, you know, likes you. Really? Well, I never. That's delightful of you to deliver it. Thank you so much. I feel much better already. Now, what did you want to ask me? So, Clara, do you know how you died? I was dancing at the hotel ball with my husband, and then I felt a horrible pain in my side, and I woke up dead. I was in the hotel too, I think. I just remember a flash, and then I woke up dead. I think we were all murdered in the hotel. There is something creepy about this place. Don't you get bored being stuck here for all eternity? The first 50 years are hard, but then you get used to it. New guests show up, and it's fun to figure out what scares them. I also love this new invention you have called TV. I love when one of the guests is watching. I love my cat. That show is so funny. Who put Xavier, you know, in charge? No one. He just arrived one day, and the next thing I knew, I was on boring elevator duty. He's a foster lugs and a classomaniac too, but no one will ever challenge him. You seem like someone who won't take guff from anyone. Maybe you can. Well, I don't know. I'm not really the type, you know. How do we, you know, get out of the hotel? Xavier has a secret chamber in the penthouse where he can cast a spell to travel beyond the hotel. I don't know how he does it. There was a special book from outside the hotel, and there was something else too, I think. He took us to Chuck's funeral the other day. Chuck is my brother. Now you're just name dropping. Can I? You know, please go to the penthouse now. Oh, right. I'm tired of listening to Xavier, that old foster lugs. Maybe you can figure out, how to get rid of him. Oh, you know, that sounds pretty confrontational. I don't know. Don't be so pigeon-livered. You should stand up for yourself. Oh, okay. I suppose you're right. Good. It's decided then. Just push that penthouse button for yourself when you're ready. I won't stop you anymore. Ja, das ist doch sehr nett. Vielen Dank, meine Liebe. So, mit dir los müssen wir noch sprechen. Chuck's Gruft müssen wir hin gelangen, äh, ins penthouse. Haben wir ja gleich. Die geheimen Beschwörungen. Ich kann nicht glauben, dass ich es endlich ins penthouse gemacht habe. Wer ist das jetzt? Was machst du hier? Um, du weißt, nur nachher schauen. Ich glaube, ich werde das lassen, solange du mich nicht anordnest. Ist ja gut. Es ist ein Speck of Dust. Ja. Ich kann es so leider nicht aufnehmen. Was ist passiert? Die Runen machen mir etwas zu tun. Ich kann nicht, du weißt, über die Tür fliegen. Hast du eine Ahnung, was das mit den Runen auf sich hat? Company, danke, dass du zurück bist. Bye und gute Glück, Clara. So, dann einmal ab nach unten. Ach stimmt, ich glaube, wir mussten da irgendwo ein Haus schnappen. Ein Haus, ein Buch. Ich habe hier auf Haus. Ähm. Ransom, hast du mal gerade Lust, zum Friedhof zu gehen? Du darfst wahrscheinlich aber nicht zum Penthouse, oder? Ne. Na gut, dann gehst du mal runter. Die Tab-Tab. So, einmal zum Friedhof, bitte. Das ist kein... Ich gehe nicht in ein Pfeil, bis ich gut und tot bin. Na dann. Du bist auch wieder fit, sehe ich gerade. Ich glaube, das sind immer so 10-Minuten-Dinger, wo die halt dann mal weg sind. Und daher... Das passt, aber macht es das Ganze noch ein bisschen mysteriöser. So, hier noch einmal durch. Ich würde nicht sagen, dass ich nichts ausgelöst habe, aber... Seeing Chuck's tomb in person, macht mich ein bisschen glücklich inside. Die heavy rough iron gate to the tomb ist closed, aber ich sehe einen switch inside. Eine Flower vom Cemetery. Dann können wir jetzt mal zurück zum... Was war das hier? Äh, mit dem Buch? Ja, ich glaube, oder? Hier war die Bushaltestelle. Da war es an der Hauptstraße entlang. Free Pizza-Coupons! Nee, A-Street war das, meine Herren. Seht mich immer noch nicht so ganz zurecht, muss ich ja zugeben. The Monkeypaw knows. Alles klar. So, äh, kannst du mit der Blume was anfangen? Steht aus Unwanted. Oh, schade. Welcome to the Thimbleweed Park occult bookstore, Agent Reyes. The crow flies at noon while the eagle hunts tomorrow. You really are crazy, aren't you? I'm crazy for the two-for-one, fifty-percent-off summer blowout sale. Yeah, point made, I'd say. Okay. What do you have on sale? We're up to our eyeballs and curios. We got books coming out the wazoo. And that's how we bring a cult savings to you. Up to fifty percent off and two for one in our summer blowout sale. No refunds. Goodbye mistress of the dark arts. Okay. So, dann packen wir mal die Leiter rüber. Und, ähm, das war ganz oben, wenn mich nicht alles täuscht. Aber auch hier gibt's wieder eine ganze Menge. Selling is for best then. Auch Monkey Island-Anspielung hier. So, das verfluchte Buch, das hätte ich gerne. It's the book of the dead. Take it if you wish. It's on the house. But beware. Beware of what? Nothing, it just sounded ominous. So, Gebrauchsanweisung. Ähm, auf einen geprüften offiziell lizenzierten Altar. Alles klar. So, dann mal ab nach unten. Hopp, hopp. Dann wären wir hier zumindest schon mal wieder fertig. Ähm. Ich glaub, da müssen wir jetzt mal Dämmchen ablenken. Also, ab in den 10. Stock. Ähm, das mit der Katze war ja ihre Lieblingssendung. Das machen wir dann in der nächsten Folge mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß seit beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.